Willkommen zu The Brief from Brussels. Der britische Premierminister will mit einem nur wenig subtilem Schachzug das Londoner Unterhaus matt setzen. Da er eine parlamentarische Niederlage befürchtet, schickt er die Abgeordneten einfach nach Hause. Ein eher merkwürdiges Demokratieverständnis, das eigentlich ein Einschreiten der EU-Kommission provozieren könnte, so wird in Brüssel gemurmelt. Polen und Ungarn lassen grüßen. Die geplante Zwangspause des britischen Parlaments hat einen unkontrollierten Brexit am 31. Oktober wahrscheinlicher gemacht. Reaktionen auf die Vorgänge in London aus dem europäischen Parlament. Ein harter Brexit ist schlecht für Europa und für Großbritannien. Russ Johnson handelt unverantwortlich und fügt seinem Land und unserem Europa großen Schaden zu. Aber die Abgeordneten sind nicht durch die Bank kritisch. London solle in Sachen Brexit selbst entscheiden, heißt es immer wieder. Die Europäische Union soll pragmatisch reagieren und Großbritannien nicht bestrafen. Die bisherigen Reaktionen sind aber eher ideologisch. Die Zwangspause des Londoner Unterhauses führt dazu, dass den Gegnern eines harten Brexit nur wenig Zeit bleibt, gegenzusteuern. Aber auch die britische Regierung verliert Zeit, eine Lösung für das Problem der inneririschen Grenze zu finden. Premierminister Johnson beharrt auf eine Neuverhandlung mit der EU. Johnson bereitet die britische Politik auf einen bevorstehenden harten Brexit vor. Dieser aber schadet der EU und wird die britische Politik ruinieren. Johnson wird nach der parlamentarischen Zwangspause am 17. Oktober zu seinem ersten EU-Gipfel nach Brüssel reisen. Danach sind noch zwei Wochen Zeit, die Dinge doch noch zu ändern. Und nun weiter mit Kurznachrichten. Darin geht es nicht um Brexit, aber um Sorgen vor einer Gefahr für die Demokratie. Die Verteidigungs- und Außenminister der EU haben bei ihrem informellen Treffen in Helsinki zum ersten Mal überhaupt über die Folgen des Klimawandels beraten. Waldbrände und extremes Wetter seien wichtige Faktoren beim Entwurf einer gemeinsamen Politik und gemeinsamer Strategien geworden, hieß es.